recht herzlich willkommen zur 211 folge von towns ja jetzt machen wir den händler abgefrühstückt ja da ein bisschen getauscht aber ja verlust mäßig nicht gewinn mäßig aber das ist halt so jetzt können wir hier noch um destroy den machen der kann auch weg den brauchen wir auch nicht mehr die sind alle zu klapperig ich kann sie dann auch nicht mehr umstellen weiß ich jetzt aber nicht aber ich glaube schon den auch weg der kann auch weg wir sind auch schon die ersten die kaputt sind nur noch drauf achten destroy so und da ist noch einer der kann auch weg da passt da ist nichts ausgewählt dann machen wir das gerade noch eine band stein dahin haben wir ja nee das passt jetzt nicht das war verkehrt ja ich möchte jetzt gerne die steine dahin setzen okay das haben wir geschafft irgendwo hier war die mauer oder muss hier am ende so und dann machen wir es noch da nee das war falsch okay nochmal das ganze wo ist hier die mauer da ist okay da geht was jetzt haben sie was zu tun da ist schon gesetzt dann machen wir da wieder den nächsten stein hin ja und dann können wir hier sogar schon auch wieder bauen geht auch ja die frage weit wenn wir hier so weit ach hier ist ich glaube die haben wir dann falsch gesetzt sollten gar keine solche sein sondern da sollten die anderen sein sag schon die die scarf holes okay da liegt einer unten und den kann man da gar nicht wegnehmen das ist schon mal schlecht stellt sich die frage wo wir den hinbauen müssen dass wir da dran kommen also könnte sein dass wir da hoch müssen um den dann da irgendwann wegzunehmen ja schade da werden noch steine gebracht gut die band ist schon fertig wählen wir aus wo ist hier eine mauer jetzt ja ich glaube das passt okay da können wir so machen der ist noch nicht gesetzt dauert also noch das geht da fehlt ein scarfold damit man da weiter arbeiten kann und wie sehe ich das das ist die frage wo ich denke mal da und so ne der passt dann auch nicht okay weil der da unten noch nicht ist klar wird werden oder wird werden oder gut warum mal zu okay das ist nämlich genau da der fall dass der da nicht hin kann weil da unten der scarfold fehlt und okay aber wir können hier diese alle anloggen unlock 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 den destroyer hier fehlen noch welche? eigentlich nicht ne? der kann auch schon eine tonne okay nochmal das ganze hier so jetzt geht auch der da hin passt ne? gut der raum kann da auch weiter gebaut werden dann kommt da noch einer hin und und da einer hin da und dort hin dann ist die tür auch schon zu da haben wir irgendwie shift taste nicht gedrückt oder so super der muss weg der ist falsch läuft der wird er jetzt gar nicht hingebracht doch da kommt da ich glaube der wird das sein oder der bringt den da ein ja schade der fehlt noch der ist nicht gut so jetzt mal gucken wie weit er hier sind der ist da auch schon drauf das heißt wir können da den nächsten drauf setzen und dann müssen wir gucken dass wir den da gleich wegkriegen ok die werden hin und her bewegt hier achso ne das ist schon richtig mit den steinen alles klar ist der da hinten schon gesetzt? nein ok hier ist Wuster und der sitzt der stein da hinten das heißt da kommt der nächste hin so und das machen wir so und hoffen dass die da irgendwann den da hinsetzen können wohl nicht wirklich ne wie sollen sie da hinkommen da können sie nicht hinkommen hm doof aber aber dem muss eigentlich auch gar keiner hin ne ok da ist jetzt gerade einer drauf gesetzt worden das bedeutet wir können da noch einen drauf setzen und dann müsste man den da ja auch wegnehmen können und wenn der drauf ist und zwar so dass wir das Dach flicken können vielleicht ne ok da kommt der und bringt den da hinten hin gut das geht das sollte auch gehen und und wie kriegt den hin ok geht nur einer schade gut dann müssen wir die hier los machen den können wir löschen jetzt werden wir destroyen und dann machen wir hier vorne wieder welche hin gucken wir dass das weiter geht da hinten fällt dann wieder ein Stein gucken dass der dahin gebaut wird jetzt könnte man den da wegnehmen die frage ob da einer kommt und das macht ne da kommen Steine aber niemand nimmt den da weg ok den hat einer da oben auf jeden fall zugebaut kann man den jetzt auch zu bauen oder nicht muss man wohl können mal gucken ob da einer hingeht und den erholt macht keiner ne ja hier sind schon die ersten die wieder kaputt sind ok da mag keiner den holen läuft nicht könnte den nehmen und da oben rein setzen dann wäre es zu ok ok gucken ok da steht jemand und das falsch da oben reingebaut das hätte ja gut geklappt ne oh destroy light woodblock ne das will ich jetzt nicht oh das wäre jetzt richtig doof was wir da gezaubert haben jetzt geht das nämlich nicht warte mal den auswählen den dahin machen wieso geht das jetzt nicht jetzt habe ich den ausgewählt so jetzt soll es klappen so die dahin setzen gucken dass die da sind dann könnte ich den da oben auch weg bauen aber die da drunter muss ich dann auch noch alle machen aha das war eine ganz schlechte geschichte gerade dann muss der dahin wenn er da weggenommen ist mal das ist jetzt richtig drauf gelaufen so jetzt die muss ich glaube noch mal da sei jetzt hier wieder so glaube da muss ich definitiv noch zwei hinsetzen wieder jetzt wollen wir hoffen dass der da weggenommen wird ok das hat geklappt diesmal das richtige dahin bauen die kann ich nämlich jetzt nicht löschen weil da drunter nichts ist super ne richtig doof gelaufen so jetzt warten wir bis der da drin ist aber wir können gucken ja da unten sind schon welche hingebaut worden das heißt die nächsten können da drauf ok so die sind weg das heißt ich müsste die kann ja jetzt nicht anloggen weil wir von unten erst hoch bauen müssen schade doof gelaufen ne den destroyen wir und den auch den können wir dann dazu bauen und und da kommen wir mal so und so wo geht der hin ok der geht da hin das ist schon mal gut ok okay Scarfold auswählen und drauf packen ja wo läuft der jetzt lau ach so da muss er rum um da hin zu kommen ok aber dann kommt da schon einer drauf ach da ist schon einer und da ist noch einer gut nochmal anklicken vorsichtshalber gut und dann können wir die wegnehmen und dann können wir schon anloggen ok dann haben wir den schnell verschoben da ne der geht noch nicht weil da drunter noch einer fehlt genau wenn der dann da ist können wir von oben ran abbauen da kommt ein händler irgendwo lassen wir laufen wo kann man in der zwischenzeit den destroyen und die können wir auch anloggen weil da kommt ja gleich sowieso eine wand hin so mal gucken dass wir da alles haben ja dann müsste der jetzt auch anlockbar sein ne so siehts aus so händler ist der gleiche wie eben oder die letzte folge nicht eben aber wir haben dem auch nichts anzubieten da kommt zack ich kaufe ein bett ok läuft schon läuft schon da unten fährt er wieder und ich frage wie das da wird aber wir bauen erstmal hier weiter denke ich wenn denn da ja alles weg sein wird und ja mach mal die wand da so hin wird wohl passend sein so das doch ist fertig und da werden keine scapholds weggenommen die setzen wir mal gerade da hin der ist schon kaputt auch kaputt auch kaputt so ja der ist weggenommen aber leider nicht diese hier hm 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 diesen stein den kriegt man doch nicht weg oder was soll das jetzt klappen soll das jetzt klappen ja dann müssen wir das halt so machen gucken wir mal dass da einer hingebaut wird wo er so jetzt ist der stein dann da vier stück so sollte passen und dann da noch rüber sollte auch passen ne so ok das hat geklappt jetzt und 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 auch auch unlock das passt wohl und da machen wir ein paar hin das sieht gut aus und und wenn die weggenommen ja da werden welche weggenommen unlock unlock kann man da wieder hin bauen gut gut jetzt müssen wir hier oben noch weitermachen dass wir das hier mal fertig kriegen und ja weggenommen Und bauen hier weiter. Läuft, ne? Der da kann weg. Und den machen wir mal Unlock. Weil da ist nichts mehr. Dann können wir da wieder den nächsten Stein setzen. Die drei sind auch gesetzt worden. Das läuft. Ja. Passt auch. Sollte funktionieren. Nochmal Unlock. So, und dann sind wir schon fast fertig. Acht Stück haben wir da noch. Und die sollten hier oben irgendwo dann hin. Gut. Das wird schön gebaut. Den da hin. Läuft, ne? Scarfalls. Wenn jetzt hier weggenommen. Ist der jetzt nicht unlockt hier oder was? Äh. Pause kann das sein. Oder ein Angriff. Wo sind die Viecher? Da. Können wir laufen lassen. Die paar gehen locker weg. Gut. Da ist einer von da unten gekommen. Unlock. Unlock. Und da auch noch. So, jetzt sollte das funktionieren. Wir machen gerade hier noch vier Stück hin. Läuft. Der läuft da hinten schon hin. Auch super. Dann können wir schon den nächsten in Auftrag geben. Dann ist das auch erledigt gleich, ne? So, das ist alles gut. Äh. Die drei passen auch. Aber ich glaube, der ist schon fertig. Dann sind wir da auf jeden Fall fertig und das hingekriegt. Gut. Super. Hier unten können überall Fenster rein. Sehe ich gerade. Aber die Folge ist schon verdammt lang. Sehe ich. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.